Great Boat. Boxte kam also weg, dass er den Nachrichtensprecherin, die über Glatheißgefahr spricht, umwirft. Alter D.K., was machst du denn da? Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht Glatheißgefahr. Was geht, meine lieben Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Wir melden uns aus der siebten Welt, aus der Fabrikwelt, wo wir heute noch ein paar Knöpfe suchen müssen, um irgendwie einen Mechanismus auszulösen. Was dann passiert? Keine Ahnung. Aber bevor wir uns in das erste Knopflevel stürzen, ein crazy Fanart von der lieben Colmy Emilia. Richtig krass, Alter, richtig krass. Einmal ein D.K. mit einer freshen Spitze in der Hand, der sich übel freut. Und davor stehe einfach ich in der Pose, die ich auf meinem Sticker-Star-Song-Thumbnail habe. Aber übel gut gezeichnet. Richtig, richtig krass. Vielen lieben Dank dafür. Und mit der Energie starten wir jetzt auch in Schalterverwalter. Was ein Wortspiel. So, hier ist wieder das Schild. Suche den Button. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und ich werde im nächsten Level... Müssen wir auch noch den Button suchen. Holy shit, ich bin ein Hellseher, Leute. So, was geht hier ab? Ah, okay, okay, okay. Die Buttons aktivieren sich, sobald D.K. an ihnen vorbei, keine Ahnung, hüpft. Scheint so eine Art Bewegungsmelder oder sowas in die Richtung zu sein. Und ich sehe, dass da oben ein Eingang ist, der mich an irgendeine Stelle bringt. Und, haha, der erste Bonus. Sehr schön. Das ist immer ein recht kniffliger Bonus, aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann klappt das. So, und da sind wir wieder. Ich habe gar nicht aufgepasst. Es sind fünf Puzzleteile nur. Okay. Okay. Und das ist eigentlich eine recht coole Mechanik. Das erinnert mich persönlich ein bisschen an... Oh, die kann man gar nicht killen, oder was? Die kann man gar nicht killen. Okay. Das erinnert mich persönlich immer ein bisschen an Mario Galaxy, an diese Schalter, die sich quasi, ich sage mal, flippen, wenn man eine Spin-Attacke ausführt. Ich denke, ihr wisst mit sich, welche ich meine. Cool. Damit kann man viele Faxen machen, aber auch viele böse Fallen. Muss man es an der Stelle auch einfach mal zugeben. Und, ah, lol. Und wenn ich dann entscheide, hier aktiviere, dann sorge ich dafür, dass hier so ein Reifen runterfällt. Und mit dem kann ich dann... Uh, okay. Und was ist da oben? Ich muss halt legit jede Lampe überprüfen, weil überall einfach ein Puzzleteil drin sein kann. Genau. Und jetzt passiert das, was ich vermutet hatte. Jetzt werden hier Fallen damit gebaut. So, hier festhalten. Genau. Dann flippt das nämlich immer so hin und her. So, die Frage ist nur jetzt, wie machen wir am besten weiter? Ich kann mich hier festhalten. So, und dann bin ich hier. Aber auch das bringt mir nicht so viel. Ah, doch, ich muss da oben durchswingen. Ah, genau, genau. Und da komme ich hier hin. Nice. So, jetzt nur nichts überstürzen, ne? Ich muss wieder eine Liane greifen, sonst wäre das hier instant mein Untergang. So, wieder nach oben durch die Lücke. Oh, fresh. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das bringt einem übelst zum Nachdenken. Und, dass da unten was ist, ich glaube, das sieht jeder. Die Frage ist nur, wo können wir hier den Button... Hier, den Button müssen wir einfach aktivieren. Damit können wir nämlich die killen. Aber für uns geht es jetzt erstmal zurück. Weil hier ist das Bonus Nummer 2. Ja, moin. Nein, ist es nicht. Das ist der Button für die Stromversorgung. Des extra großen XXL Stromversorgungsnetzes. Coole Sache. Aber ich habe ein bisschen Angst, was meine Puzzleteile angeht. Ich weiß, es ist wirklich Gesprächsthema Nummer 1 in diesem LP. Ihr braucht es mir nicht schreiben. Ich bin einfach so ein Collectible Nerd. Und ich will alles haben. Und deswegen ist das präsent in meinem Schädel. Und LPs sorgen einfach nur dafür, dass ihr... Dass ich ausspreche, was in meinem Schädel ist. Wie geht es hier für mich weiter? Wie geht es hier für mich weiter? Kann ich hier... Ne, wenn ich so weit... Ich da den... Äh... Okay, theoretisch könnte ich hier... Ja, ich kann die unten durch. Und dann komme ich hier hoch. Und dann läuft das Ganze hier. Sehr schön. Puzzleteil Nummer 2 von 5. Abspeichern. Weiter geht's. Oh, jetzt werden die Plattformen schon kleiner. Das One-Up ist mir relativ egal. Ich werde einfach mal oben bleiben. Weil von oben kann man die Dinge einfach recht chillig überblicken. Theorie... Es könnte theoretisch sein, dass man für... Nein. Ich labe Müll. Erstmal einen neuen Bonus. Ey, wie viele Extra-Areas gibt es in dieser Stage? Gar kein... Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, dann sind wir auf drei Puzzleteilen. Das, denke ich, kann man erst mal so stehen lassen, ne? So. Och, hier selbe Spielchen wieder. So, das... Verhindere... Verhindere die... Das Buttonspielchen. Okay, was geht hier ab? Hier kann ich so durch. Okay, das geht hier wirklich komplett. Ohne einen Knopf zu berühren. Crazy. Und das ist ja eine Stelle, da muss man. Da muss man. Uff. So ähnliche... So ähnliche Rätsel gibt es ja in Mario Maker zum Beispiel. Mit P-Switches. So Level, bei denen, wenn du einen P-Switch berührst, dass der einfach Feierabend für dich ist. Warte mal, die kann ich killen. Die kann ich killen. Die kann ich killen. Und das ist safe auch hier von mir gewollt. Yeah. Und schon wieder ein Checkpoint. Very nice. Ich habe das Gefühl, man kriegt überdurchschnittlich viele Checkpoints hier. Liegt vielleicht daran, dass das Spiel sagt, äh, yo, das Game ist schwer. Du, wir geben dir viele Checkpoints. Und wie komme ich da hoch? Ah, von hier. Ah, von hier. Ja, von hier, von hier, von hier. Jetzt muss ich da hoch. Und hier ist Puzzleteil Nummer 4. Very nice. Puh, der unten ist aber auch schon das Game. Oh, den, den Button habe ich nicht gesehen. Jetzt ist es doch passiert, dass ich auf so eine blöde Buttonfalle reingefallen bin. Zum Glück war der Fail direkt bei einem Checkpoint. So, und dann wieder nach oben. Und dann, hä, warte mal. Wie entkomme ich denn denen am besten? Ich muss einfach warten, bis die an mir vorbei sind. Und sich dann einmal treffen lassen. Das gehört auch zur Taktik. Und dann, dann funktioniert das. Okay. Jetzt wird es interessant. Hier muss ich rüberhüpfen. Genau. Weil hier kommt der wieder raus. Okay. Jetzt packen sie aber nochmal den richtig tricky Stuff hier aus. Und vor allem, ich habe nur ein Herz. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Ach so, die Herzen nehmen wir mit. Wartet mal. Wenn ich mich hier droppe, ist mein Boden weg. Ah, ich kapiere, ich kapiere schon wieder. So, wir töten erstmal dich. Dann töten wir dich. Einmal hochgehen, bitte. Dann landen wir in der Mitte. Und dann von hier einen Sprung darüber. Und dann oben drüber. Oh Gott, hier sind aber auch schon wieder, hier sind auch schon wieder Buttons. Und ohne Diddy und verfolgt von Elektro und... Was soll das? So, wenn sich die Elektro-Teile hier entfernen... Dann gehen wir... Okay, okay, oh. Jetzt, jetzt konzentrieren wir uns wieder. So, jetzt konzentrieren. Konzentrieren. Ich gehe einfach den Weg... Oh. Ey, ohne Diddy müssen diese Sprünge wirklich pixelperfekt sein. Kann das sein? Okay, okay, okay. Oben drüber. Ja, 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 ja. Okay, okay. Definitiv, definitiv Progress. So, wie geht's jetzt hier am besten für mich weiter? Er hat nicht die Rolle gemacht. So, hier jetzt aufpassen. Hier sind auf der einen Seite jetzt explodierende Hühner. Und auf der anderen Seite feuerspeiende Roboter. Das macht alles irgendwie nicht viel einfacher, muss ich zugeben. Da muss ich jetzt durch. Oh mein Gott, ich habe ihn gekillt. Das ist insane. Das ist richtig gut. Okay, aber da oben ist safe das fünfte Puzzleteil. Okay, jetzt keine Faxen machen, Hübi. Bitte keine Faxen machen. Genau. So, jetzt hier rüber. Genau, da ist Nummer 5. Dann hätten wir das schon mal vollständig. Und jetzt immer hier so schräg hoch. Genau, jetzt immer hier so schräg hoch. Und da ist das Ziel. Ich habe hier wirklich länger gebraucht, als ich es eigentlich hätte tun müssen. Aber in dem Moment, wo mit Diddy weggestorben ist, da war Feierabend für mich und für meine Konzentration. So, und Level 7, 7 ist Wahnsinnsmusik. Ein Musiklevel. Ich freue mich schon drauf. Aber auch jetzt haben wir noch meinen Fanart. Ihr merkt, ich blende immer zwei an, weil wirklich viele, viele Fanarts von euch reinkommen. Das kommt vom lieben Hü, Stern, Gianni. Und das ist einfach ein sich freundender DK. Der ist einfach happy. Der ist richtig happy mit schönem Fell, mit Hü-Krawatte und einfach einem lässigen Hübi-Schriftzug über sich. Richtig schön. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt gucken wir mal, was für Wahnsinnsmusik dieses Level für uns zu bieten hat. Oh, ich habe da hinter dem Start jetzt schon so eine Liane gesehen. Und die Musik ist auf jeden Fall schon sehr eigen. Ah, look at this. Hello, E-Beams. So, natürlich wieder der Suche-Dem-Button. Oh, yeah. Und jetzt wisst ihr, was abgeht, Friends. Die schlagen zum Beat. Und wir müssen das überleben. Ich, ich schlabe. Nee. Der schlägt auf jeden vierten Takt. Okay, da muss jetzt halt einfach Turbo aufpassen, ne? So in welchem Takt die schlagen. Und da unten ist eine Banane. Ah. Die führt uns zum K. Alles klar. Das erinnert mich immer ein bisschen an den, an den Boss aus Ocarina of Time. Dieser riesige Trommel-Boss. Ich glaube, hieß der Bongo? Ich glaube, der hieß Bongo. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht. Daran muss ich immer denken, wenn ich hier diese riesigen Trommeln sehe. Aber es ist schon ziemlich episch. Und da könnte ich theoretisch oben drauf. Drrrrz. Zack. Oh, nein. Ich, ich glaube, ich kann da nicht oben drauf, oder? Oh, doch. Ich bin oben. Und da war... Blut. Mich hat sie direkt in den Fass geböllert. Ey, ohne D-Di sind diese ganzen Levelsau schwer. Aber den Bonus, den kriegen wir noch hin. Und es sind wieder fünf Puzzleteile. Und jetzt haben wir sogar schon zwei. Also hier definitiv ein schnellerer Progress. Wenn es um die Puzzleteile geht. Ich muss halt diese ganzen kleinen Ventilatoren immer abchecken. Aber wenn da immer nichts drin ist, dann cutte ich euch das meistens raus. Die Macht des Katz ist real. Und hier ist schon wieder einer dieser ekligen Roboter. So, aber du kriegst jetzt erstmal hier das Diddy-Fass in die Fresse. Dann machst du einen Abflug, weil euch kann man nicht anders besiegen. Bewegen die sich auch zum Takt. Zack. Bam. Zack. Runter. Zack. Da unten ist das nächste Puzzleteil. Zack. Zack. Ah, das verschwindet immer unten. Ich kapiere. Zack. Und jetzt muss ich einmal rollen. Oh, jetzt wurde ich getroffen. Aber ich leb noch. Aber ich leb noch. Immer hier schön die Kontrolle bewahren. Da vorne ist das O. Zum Glück sieht man ja immer, wo die, wo die hindüsen. Und da macht man einfach einen Abflug. So, jetzt haben wir das O. Und jetzt hier schleunigst weiter, bevor irgendwas passiert. Abspeichern. Gut. Aber das ist ganz strange. Das ist nicht so ganz vergleichbar mit den Beatblock-Leveln. Zum Beispiel aus 3D World zum Beispiel oder 3D Land. Weil hier bewegen sich die einzelnen Elemente immer zu einem unterschiedlichen Takt zum Beat. Naja, die sind alle hier unterschiedlich getaktet. Oh, wohl. Okay, hier ist einfach Puzzle-Seite Nummer 4. Das ist recht schillig. Bam. Zack. Bam. Genau, hier muss man jetzt so durchlaufen. Und da oben ist auch schon das N. Okay. Und da unten ist, glaube ich, schon Puzzle-Seite Nummer 5. Wetten? Yes. Wunderbar. Ah, schon mal alle Puzzleteile. Da freut sich der Hybi. Trotzdem checkt er hier noch die ganzen Ventilatoren ab. Jetzt geht es nur noch darum, lebendig hier durchzukommen. Bam. Jetzt holen mich die Hämmer ein. Aber nicht so schnell wie ich. Ich bin hardcore konzentriert. Gerade bei so Spielen, die, oder gerade bei Leveln, die irgendeine Form von Takt oder Rhythmus brauchen, ist es sauschwer, währenddessen zu kommentieren. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Mario 64, die Schwimm-Animation. Da muss man auch immer in einem ganz bestimmten Takt drücken, dass Mario eine höhere Geschwindigkeit hat. Und währenddessen Schwimm-Leveln ist es beinahe unmöglich zu kommentieren. Und ich muss auch den Button finden. Stimmt. Wir haben ja schon alle Puzzleteile, aber trotzdem muss ich noch Secrets suchen. Aber die Secretsuche hat sich so eben von allein erledigt. Damit sind alle drei Buttons auf der Oberwelt aktiviert. Wir bekommen jetzt zu Gesicht, was hier in der Fabrikwelt hergestellt wird. Beziehungsweise wofür wir drei Sicherheitsbuttons erst aktivieren müssen. Wir sind eine Atomrakete, die hier abgefeuert wird. So drei Generäle müssen ihr okay geben. Ich bin gespannt. Ich weiß es tatsächlich selber nicht mehr. Oh, da drüben müssen wir jetzt aufpassen. Nicht, dass wir uns direkt in den Hammer feuern. Der bewegt sich aber wieder von uns weg. Sehr schön. Oh boy. Woher entdehren die mich denn hin? Oh ne, jetzt hat er mich getroffen. Uff, uff, uff. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, jetzt einmal über die Hammer feuern. Uff, das ist so nice. Das ist so nice. Man muss nur aufpassen, dass man nicht da landet, wo so ein Hammer einschlägt. Aber ansonsten übel die mächtige Mechanik. Und zack, ab ins Ziel. Ey, was für geile Level. Ich bin zwar nicht 100% Fan von dieser rein mechanischen Optik. So überall nur Metall und Roboter und so weiter. Aber Gameplay technisch und auch von der Abwechslung her hat diese Welt schon ordentlich was zu bieten. So, und was schalten wir jetzt frei? Eine Rakete. Tschüss. Oh, warte mal. Wir kriegen das K-Level. Das heißt, wir haben ja alle K-O-N-G-Buchstaben. Und das ist 7 R zum Abheben bereit. Wahrscheinlich düsen wir damit einfach nur da hoch zu dem Boss-Level, würde ich vermuten. Zumindest gibt es in dem Level keine K-Buchstaben mehr. Okay. Dann gibt es beim nächsten Mal auf jeden Fall das K-Level der siebten Welt. Türkische Schienen. Ist das, ist das, ist das ein Lohren-Level? Das könnte ein Lohren-Level sein. Oder auch was anderes. Ah, nee, ich glaube, ich weiß es. Wir warten ab, wir warten ab. Nee, ich weiß es nicht. Ach, ich habe keinen Schimmer. Ich dachte erst so, ich weiß es. Dann kann mir, nee, es könnte auch aus Tropical Freeze sein. Aber vielleicht auch nicht aus Tropical Freeze. Keinen Schimmer, wir werden es herausfinden. Und dann beim nächsten Mal gehen wir auch in die Rakete. Und wahrscheinlich fliegen wir damit zum Boss der Welt. Und dann ist Welt 7 auch schon durch. Und wir landen in der finalen Welt. Seid also gerne wieder dabei. Lasst den Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Bis zum nächsten Mal.